Hallo liebe YouTuberinnen und liebe YouTuber, heute stelle ich euch mal eine ganz Besonderheit vor von mir, und zwar die legendären Masters of the Universe haben den Weg endlich zu uns geschafft und das am Januar, Februar, März glaube ich, Anfang März, ja Anfang März hat es die Box zu uns geschafft, für 60 Euro, alle 130 Folgen, ja, so sieht das Ganze dann von hinten aus, also von der Box, 14 CDs bzw. DVDs, so, das tue ich mal weg, so, das sind hier in so einem schönen Schuber drin, so, mit einem Wendecover, was ich sehr gut finde, hier, das Wendecover sieht man jetzt nicht so gut, aber ist eins dabei, so, mit dabei ist auch der schöne Film, oder Special Box, das Geheimnis des Zauberschwertes und Weihnachten auf Eternia, das sieht dann so aus, da ist ja vor etlicher Zeit schon mal der Film erschienen, das sah so aus, ja, also da gefällt mir der hier schon wesentlich besser, das ist auch eine 2-Disc-Edition, das sag ich mal, so, hat auch ein Wendecover, hier kann man es sehen, finde ich auch gut, der erste hier Flatsch muss ja nicht unbedingt dabei sein, während die hier, nur eine Discard, aber, dafür ist hier, der Song, von ich habe die Kraft, hier drauf, kann man es sehen, ja, so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen, und so eine kleine Beschreibung, an die Serie hier gestartet ist, Mitte der 80er Jahre, so, machen wir mal weiter, den Flatschen hier, der lässt sich leider nicht abknibbeln, aber da fällt es sich auch ein schönes Wendecover, und, das war's davon, ja, ich habe jetzt, so ein bisschen, verkehrt vorgestellt, und, was auch dabei ist, ein, nummeriertes, Limitierungszertifikat, ich habe die Nummer, 0,752, auf 1400 Stück limitiert, ich habe jetzt mal bei Amazon geguckt, da kostet die gebrauchte Box schon mittlerweile, 117 Euro, und die haben halt knapp 60 gekostet, ja, hinten nix, gut, hat mal ein bisschen schöner machen können, aber er füllt hier eigentlich seinen Zweck, und so sieht die ganze Box aus, ich friemel das nochmal rein, dann seht ihr das, wie das mit den DVDs ausschaut, so, Moment, 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 So sieht das Ganze mit den DVDs aus, und eine ganze Menge extra hat das Teil hier auch noch, also da gibt es Audiokommentare, 8 Dokumentationen, Storyboards, 50 detaillierte, 50 detaillierte Profile, CD-ROM-Feature, Interviews mit den, Synchronsprechern, sehr interessant, die Hörspiele von Europa, auch mit den Synchronsprechern, äh, mit den, Sprechern, also gibt es wahnsinnig viel, wahnsinnig, wahnsinnig viel, war auch das Geld wert, 60 Euro habe ich gern dafür bezahlt, ob ich jetzt 117 dafür zahlen würde, äh, ich weiß ja nicht, nicht weiß es wirklich nicht, aber ich stelle euch mal den Link rein, wenn nicht, müsst ihr auf die normalen DVD-Boxen zurückgreifen, wenn ihr sie haben möchtet. So, das war es jetzt von mir, beim nächsten Mal gibt es einen Film aus den 80er Jahren, in dem David Bowie unter anderem auch die Hauptrolle spielt, er hat auch die Lieder für diesen Film geschrieben, wenn ihr es wisst, könnt ihr ja mal raten, uns in die Box reinschreiben, also in die Kommentarbox, also zu den Kommentaren, ähm, was ihr von He-Man haltet, könnt ihr auch gerne schreiben, würde mich mal interessieren, und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, und bleibt mir treu. Tschüss!